Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Bulletstorm Full Clip Edition. Ich hab mich grad umgedreht. Und achten auf die Mäbze von Trishka. Wo? Ey, da. Ich bewege mich einfach nur hin und sie wackeln. Warum? Warum? Alles klar, das ist so realistisch. Oh Gott, fett die Bom Bom. Hä? Wo ich nicht hin? Okay. Uh, noch mal fertig ist. Ich will die Waffe. Gib mir die Waffe. Gib mir die Waffe. Komm schon. Hallo. Ich drücke doch eher. Danke. Okay, dass ich da grad, ich bin grad in Decke nicht gegangen, dass ich das überlebt hab. Wunder mich. Kannst du jetzt mal, danke. So, hab ich meine, ich hab meine Waffen noch, ne? Ja, okay. Lass mal hier alles einsammeln. So, die ganze Muni, danke. Oh, hier oben auch noch. Okay. Irgendwann demnächst kommt, glaub ich, nochmal ein Boss weit. Ja, da süß. Und da. Ha! Okay. Ich erwarte eigentlich gerade so ein Nachrichten-Bot. Aber okay. So, ähm. Ladung kaufen. Ladung kaufen. Die Donation kaufen. Meine drei Hauptwaffen müssen voll ausgerüstet sein. Komm schon. Rechts. Okay, die hätte ich, glaube ich, alle ganz Neues gemacht. Jetzt haben wir hier so. Oh. Auch eine Flasche. Vielleicht zwei Flaschen auf einmal. Warum? Geh weg. Mann. Komm schon her jetzt hier. So. Da ist er. Danke. So, ähm. Weiter. Nicht so helfen. Ja, kann ich. So, da war noch einer. Oder nicht? War da nicht eben noch einer? Okay. Oh, nee. So. Rüber. Easy. Sehr schön. Kurz, Muni, brauche ich eigentlich nicht. Muni, brauche ich nicht. Äh, von wo? Stier. Du auch. Jetzt ist er tot. Komm. Komm. Ui. Danke. Kommt, wenn das nicht geil war. Das war doch gerade. Das war doch gerade richtig geil. Komm, mal wieder ein bisschen hier mitschießen. Das ist so geil, ne? Das ist so cool. Okay. Wir sind wieder da. Bei denen. Durch die nächste Kammer kommen wir zum Raumhafen. Okay. Äh, nein. Ich wollte nichts. Geh schon da ab. Dann. So. Hier. Noch Muni. Ladungen. Das war's. Wo ist denn wie lang? Vier. Das ist ein Fedder. Habt ihr mich gerade geblockt? Okay. Nee. Oh Gott Alter, habe aber keinen Plan gehabt, was abgeht Wo ich hin soll, wo soll ich mich denn in Deckung wiegen Alles klar, sorry, dass ich gerade so stehen war Aber das war gerade echt, hui Siebter Akt, Kapitel 1 sind wir schon Habe ich meine Sachen jetzt schon Habe ich noch nicht voll gekauft Mann So, hier noch einmal eine Ladung Und Detonation, jetzt sind wir komplett voll Das ist schön Ich nehme mal lieber wieder die Waffe Wohl so für diese Einzeldinger Wie das da oben Ja, okay Oh Gott Ich bin gerade, Mann, ich kann doch nichts machen Ich kann mich nicht bewegen, weil mich die ganze Zeit irgendwas blockiert Ich bin gerade die ganze Zeit, in der ich geschossen habe, nach rechts gelaufen Nach hinten und nach rechts Und hinten hat mich irgendwas blockiert, dass ich nicht nach rechts laufen konnte Oh, wie doof Oh, wie blöd Mann Ich muss mir gleich irgendeinen Ort suchen, wo ich mich incampen kann, ey So, jetzt mal im Ernst? Irgendwas, wo ich mich incampen kann Du da oben nervst auch So, und jetzt gehe ich nach hier Hier gehen mir zwar immer noch alle auf den Sack, aber Hier kann ich... Nein Ich bölle einfach rein, Leute Ich habe keinen Plan, wo ich hinschieße Aber ich habe, wie es aussieht, eine Menge Munition Und ich sehe nichts Man, wie soll ich denn in sein... Oh, Leute Was ist das? Ich kann nichts machen Ich sehe nichts Oh, sorry Es tut mir leid, dass ich hier gerade so ausflippe Aber es kann nicht sein Ich sehe nichts Ich sehe niemanden Weil ich die ganze Zeit von dieser Kacke da geblendet bin Und dann ist alles... Oh, nee Ich hole mir jetzt auch nicht nochmal neue Sachen hier Komm Einfach rein Geh weg jetzt Nein Geh weg Du auch Ich kenne mich jetzt wieder hier in meiner Ecke Geh weg Oh, schon wieder dieses Kackding Die Panzerung ist kugelsicher Boah, ich kann nicht in Deckung gehen Mann, das ist nicht wahr, wie, was, wo soll ich denn hin? Oh, weißt du, geh in Deckung, geh in Deckung, aber dann geben sie nicht mal einen Ort, um in Deckung zu gehen Wo soll man denn da mit in Deckung gehen? Ich, kein Plan Ich bin die ganze Zeit von irgendeiner Scheiße da geblendet Ich hab keinen Plan, wo ich, was ich hin, warum? Geh weg Geh weg Du auch, Alter, ihr geht mir so auf den Sack Wer wird jetzt hier oben? Geh weg einfach Ja, genau, dich meinte ich Du, da hinten auch Okay Au Doch, der da hinten, ey Geht einfach weg Lass mich hier oben alleine Einmal den Arsch, Alter Was ist das jetzt, bitte? Für meinen Geschmack war das viel zu knapp Ja Für meinen Geschmack war das einfach viel zu nervig Gott, war das nervig Ich muss mir die ganze Muni einsammeln hier, ey Oh, hier unten wäre noch so ein Ding gewesen Wollte aber nicht, nee Hatte ich nicht Hatte ich keinen Bock drauf Alter, Vater Leute, es tut mir leid, dass ich da eben so ausgeflippt bin Und gerade komplett still war Aber ich hatte keinen Bock mehr auf diese Was war das? Das war ja oben der einzige Ort, wo ich mich verstecken konnte So ein bisschen Das ist ja total, total doof Was ist das hier? Der Frachthafen Die Koffer gehören den Touristen, die zu spät kamen Ganz schön viele Koffer Das sind echt viele Koffer Da ist Muni Hier nehme ich natürlich gerne mit Könnt schon mal vorrennen, ne? Ihr wisst den Weg Ich meine, so schwer ist der nicht Ich habe gerade so ein paar Frame-Einbrüche zwischendurch Ich kann hier nicht sprinten Ah, danke Ich kann nicht raus Achso Ich dachte gerade, hey, warum kann ich nicht raus? Okay, so Muni Ladungen Äh, Muni Ladungen Die Donation Da sind sie Ich wollte gerade sagen Hey, wo sind die Trish-Konze? Äh, war ich jetzt schon? Ah, ich kann noch ein bisschen Ein bisschen kann ich noch Ui Ja, ja, ich bin dabei Geh weg Du auch Um keine Zeit mit euch zu spielen Ach komm Rambo Action Geh weg Öh Geh Ich kann hier nicht rüber Jetzt, hier kann ich rüber, hä? Ich kann es machen hier einen Zug Vorsicht von dem Kreuzfeuer Wir sitzen hier auf dem Präsentier-Teller Neee Nein Jetzt geh Hallo, Ray Kletter da noch rüber Okay Oh lol Steh auf, Ray Steh auf Schnell Steh Steh Was für ein schöner Tag! Ah, wir haben es geschafft. Das war knapp. Die Schwerkraftdämpfer sind aktiv. Wir sind in der Luft. Machen wir uns an die Arbeit. Gut, Leute. Aber das war ich jetzt mal mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet die Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein! Wir sehen uns beim nächsten Mal.